So, 20 Grad, das muss ab. 20, so, das kommt ja überhaupt gar nicht hin. Vielleicht brauche ich dann 70. Moment, das geht ja nur bis 60. Oh, was mache ich jetzt? Mensch, das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich schon so eine tolle Kappsäge und kann trotzdem nicht 20 Grad absägen, beziehungsweise 70. Wie war das denn eigentlich nochmal? Warum ist es manchmal 20 und manchmal 70? Das ist ganz einfach. Wenn wir gucken, starten wir bei der Kappsäge bei einer normalen Skala bei 0. Das heißt, unser Nullschnitt sind 90 Grad. Bei unserem Messgerät ist also 0,90. Wenn wir von 90, 20 nach links oder rechts gehen, landen wir bei 70 oder 110. Wenn wir von 0, 20 nach links oder rechts gehen, bei 20 oder 20 in die andere Richtung. Das ist also einfach nur etwas, was man verstehen muss. Wir brauchen erstmal eine Vorrichtung. Um andere Winkel sägen zu können, müssen wir den Anschlagspunkt verändern. Was bedeutet das? Unser Material liegt immer an diesem Anschlag. Das gibt dann wiederum die Winkel vor, die wir hier stehen haben. Wenn wir den Punkt aber ändern, können wir andere Winkel sägen. Was bedeutet das? Egal, das seht ihr gleich. Wir nehmen wirklich einfach nur ein Reststück MDF, weil es einfach nur ein ganz einfacher Anschlag ist. Und wir nehmen diese kleine, neue Kappsäge von Festool aus einem ganz einfachen Grund. Wir müssen unseren Anschlag an beiden Seiten festmachen. Und ich nehme die, weil ich sie habe und hier die Möglichkeit habe, sowohl auf der linken, als auch auf der rechten Seite den Anschlag jetzt gleich einmal festzuspannen. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, rechts und links Spanner zu nehmen, könnt ihr diesen Anschlag auch temporär festkleben oder euch eine andere Lösung überlegen, wie ihr das wirklich noch fester anbaut. Festkleben geht. Zwei Zwingen sind besser. Jetzt brauchen wir 45 Grad. Wir haben jetzt hier zweimal 45 Grad gesägt. Was ich jetzt mache ist, ich setze diese beiden Anschläge noch etwas näher zusammen, sodass die wirklich auf Null enden. Aber was nun? Wie lege ich jetzt an? Theoretisch gesehen tatsächlich so. Wir sehen aber, so haut das mit dem Schnitt nicht hin. Ist ja klar, weil wir jetzt hier 45 haben, um jetzt auf unsere 70 zu kommen, müssen wir mindestens noch 25 hinzufügen. Also so. Und wenn wir das jetzt anlegen, dann haben wir genau den Schnittwinkel, den wir haben wollen. Und ein kleines Problem. Reingelegt. Vor dem Problem haben wir erstmal gesägt. Und wir haben einen absolut steilen Winkel gesägt. Das erste Problem. Ich vergesse immer, dass ich bei Akkugeräten den Staubsauger damit koppeln kann. Habt ihr es gesehen? Er war gerade einfach nicht an. Dann bringt er auch nichts. Schreibt mal ganz ehrlich, wenn ihr auch Akkugerät von Festool habt, habt ihr das auf dem Schirm? Geht es euch wie mir, dass ihr das auch mal vergesst? Das würde mir auf jeden Fall sehr helfen, wenn ich nicht der Einzige bin, der das dauernd vergisst. Also, jetzt aber zum tatsächlichen Problem. Erstmal, wir haben unser Problem gelöst. Wir konnten unseren super steilen Winkel sägen. Und wir können im Prinzip auch ganz viele andere Winkel sägen. Und das ist super. Und ich kann euch sagen, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. In meinem Studium, als ich Stühle gebaut habe und im Prinzip am Ende des Semesters wirklich nur eine CapEx hatte. Nämlich das Vorgängermodell von dieser hier. Und ich musste mir genau so behelfen. Und deswegen weiß ich auch schon sehr genau, was ein Problem ist. Normalerweise ist der Trick, dass unser Material so sicher wie möglich da hinten anliegt, damit wir es nicht wegdrücken können. Das umgehen wir so ein bisschen mit unseren Anschlägen. Das Teil liegt relativ sicher. Wichtig ist nur, dass die Anschläge auch halbwegs zusammen sein müssen, damit wir es nicht am Ende einfach hier durchdrücken. Das zweite, viel größere Problem ist, wie das Teil ansonsten liegt. Nämlich so. Und wie wir es festhalten müssen. Das ist tatsächlich mehr als unglücklich. Einfach weil es hier im Prinzip überhaupt nicht aufliegt. Und ihr könnt es auch absolut vergessen, hier irgendwo eine Zwinge dran zu machen. Deswegen ist diese Technik mit Vorsicht zu genießen. Ich habe jetzt hier schon ein relativ kleines Teil mit Absicht genommen, um euch zu zeigen, es geht. Und es ist auch halbwegs sicher machbar. Aber halt nur halbwegs. Ich habe ja gerade dieses Teil hier gesägt. Das geht halbwegs klar. Wenn wir jetzt natürlich ein breiteres nehmen, dann haben wir erstmal noch mehr Anlegefläche. Das ist super. Wir sehen aber auch schon, dieses Teil kann ich nicht in diesem Winkel durchschneiden, weil ich es einfach nicht festhalten kann. Wir sägen hier lang. Und das hier ist zu wenig Platz, liebe Leute. Ich sage es einmal, wie es ist. Und auch hier. Das heißt, so einen Schnitt können wir mit dieser Technik leider nicht machen. Es bezieht sich wirklich auf längere Teile, wo wir die Möglichkeit haben, wirklich ein gutes Stück vom Sägeblatt weg, das Ganze festzuhalten. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich mich darauf ausruhen würde. Ich habe da noch eine Erweiterung der Idee und vor allen Dingen auch noch was zum Verschieben dieser Anschläge zu sagen. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Früher musste ich nur einen Stuhl bauen. Das heißt, ich musste im schlimmsten Fall vier solcher Schnitte machen. Wenn ihr nur vier macht und das so macht, wie ich es euch gesagt habe, lange Teile habt, die gut festhalten können, dann ist das in Ordnung. Wenn ihr mehr Teile so sägen müsst und zum Beispiel auch so kleine wie diese Platte hier in solchen absurden Winkeln durchsägen müsst und ihr habt nur eine CapEx, dann könnt ihr sowas hier machen. Ich habe in meiner grenzenlosen Liebe und Fürsorge da schon mal was vorbereitet. Allerdings habe ich die Teile nur aufeinander gelegt. Also, was ihr machen könnt ist, ihr könnt euch diese Station einfach ein Level weiterbauen. Das heißt, ihr packt noch eine Platte oben drauf, beziehungsweise unter die Anschläge. Und bei den Anschlägen nochmal. Ihr müsst die nicht nach jedem Schnitt wieder zusammenführen. Es geht nur darum, am Anfang einmal eine wirklich saubere Ecke zu haben. Diese Spitze hier haben wir ja erst am Ende des Schnittes. Wenn wir jetzt das Teil oder ein anderes Teil neu anlegen würden, haben wir hier immer noch eine relativ gute Anlagefläche. Und so weit ist auch erstmal alles gut. Wir sehen, hier ist eigentlich überall genug Druck. Wir müssen halt das Teil so ein bisschen nach unten drücken, weil wie wir hier sehen, da dürfen wir nicht festhalten. Was logisch ist, weil wir sehen hier schon das verräterische Licht. Und dann geht, bau, hier kommt das Sägeblatt runter. Das heißt, das Festhalten ist wirklich das größte Problem. Wenn wir das jetzt so machen, dann müsst ihr euch eine Möglichkeit überlegen, wie ihr diese Platte hier an der Station festkriegt. Bei mir wäre das ganz einfach. Meine Kappsäge ist hier eingebaut. Ich könnte also hier und auf der anderen Seite einfach in die Werkbänke daneben schrauben und alles wäre tippitoppi fest. Und das Beste ist, wir können natürlich trotzdem unsere, Moment, wo ist der Knopf, Kappsäge immer noch verstellen. Und dann würde sich diese Platte auch nicht bewegen. Was wir dann machen können ist, wir können das sozusagen wie eine echte Vorrichtung aufbauen. Wir richten das einmal aus mit einem Laser oder Schatten oder indem ihr das Sägeblatt mal sägt, sägt, senkt erstmal, noch nicht sägt. Könnt ihr sehen, wo ihr sägt. Und dann könnt ihr euch auf eure MDF-Platte so kleine Kniehebelspanner packen. Und schwupps müsst ihr gar nichts mehr festhalten. Das Teil kann nicht wegfliegen, weil ihr Anschläge habt. Ihr habt eine sichere Platte für unten drunter. Und die Halter fixieren euer Werkstück. Ihr könnt euch darauf konzentrieren, sicher zu sägen. Und so könnt ihr mit eurer Kappsäge alle Winkel sägen. Und das sicher. Ist das nicht der Hammer? Winkel sind super. Alle von denen. Aber natürlich nur dann, wenn man sie auch wiederholt genau herstellen kann. Und deswegen ist das ein super Trick. Ich weiß genau, wie das ist. Ich hatte, wie gesagt, früher auch nur eine kleine Kappsäge und musste damit auch alles machen. Und ich wiederhole es nochmal. Vier Schnitte dürft ihr machen. Mit der einfachen Vorrichtung. Am fünften Schnitt komme ich durchs Fenster gesprungen und dann schmeiße ich da eine MDF-Platte drunter, wenn ich das sehe. Dann müsst ihr das bitte anders machen. Baut euch bitte die Platte da drunter. Ihr habt eine Auflagefläche. Und das ist ein super Jiggedy. Gerade wenn ihr nur eine Kappsäge habt oder auch wenn ihr eine kleine Tischkreissäge habt, ist das eine Möglichkeit mit den Spannern wirklich super effektiv zu arbeiten. Wenn ihr einen anderen Winkel braucht, schraubt ihr die Spanner einfach ab und schraubt sie woanders wieder fest. Das ist das Schöne an MDF. Es kostet nichts und ihr könnt mega geile Vorrichtung bauen. So, wir haben jetzt mehrere Winkel mit der Handkreissäge gelöst. Und mit der Kappsäge könnt ihr auch jeden Winkel schneiden. Nur keine Längsschnitte. Aber das lassen wir definitiv auch sein. Also, wie findet ihr den Trick? Alle Winkel ohne Probleme mit der Kappsäge. Wer hätte es gedacht? Also, smash ein Abo rein. Und ich sag's euch, wie es ist. Vorhin habe ich irgendwas gemacht und mein Finger, der eigentlich schon abgeheilt war, ist wieder aufgerissen. Wisst ihr, was passiert ist? Habt ihr meine Story gesehen? Wenn ja, schreibt gerne mal mit dem Hashtag Unfall. Was ist mir hier passiert? Wie konnte es dazu kommen? Wir sehen uns auf jeden Fall am Mittwoch wieder. Und dann bitte ohne Pflaster, weil langsam nervt's. Also, tschüss!